In der Stillzeit soll man unbedingt impfen gehen. Es gibt keine Kontraindikation, egal für alle Impfungen in der Stillzeit. Jede Impfung ist in der Stillzeit möglich und gerade die Covid-Impfung soll, wenn sie nicht vorher durchgeführt werden, in der Stillzeit durchgeführt werden. Durch die Muttermilch können Antikörper auch auf das Kind übertragen werden, allerdings nicht derartig gut, wie es bei einer Impfung in der Schwangerschaft erfolgt.